hallo und herzlich willkommen zurück hier in minecraft wir müssen ja erstmal auf den wir werden heute was werden wir denn heute genau tun wir wollten heute dieses diesen dieses rucksack ding bauen damit wir fliegen können ohne jetpack allein durch unsere magische bildungskraft wir werden das auf jeden fall gleich mal ausprobieren das lädt noch ein bisschen hier leck leck was muss man die musik an machen habe ich die denn schon wieder hingelegt haben wir sie denn wenn wir die noch mal eben dann geht es auch schon gleich los wenn wir heute mal das so also ich habe auch schon etwas vorbereitet ich habe ein bisschen was von dem produziert und ich habe hüder gejagt ich habe vier eier bekommen und ganze neun fehlern die werden wir nochmal eben verbrennen vielleicht reicht das aus da ich ja auch noch 20 oder so hatte aber wo war das denn volatius 20 67 9 10 es könnte ausreichen wir brauchen nämlich ups wir brauchten nämlich 32 32 wir haben 17 das reicht es reicht so dass heute machen wir das weg und das weg und wir tun eben die schufe rein so was brauchten wir denn noch wir brauchen zweimal gold barren zweimal großholz bretter und eine lederjacke zweimal gold barren wird nicht das problem das großholz glaube ich auch nicht das großholz glaube ich auch nicht jetzt kommt steine haben wir zwei lederjacke eisen und eine redstone kompensator das ist kein eis das ist als redstone kompensator müssen wir gucken dafür brauchen wir an der nethercrafts drei steine keinen bruchstein sondern steine und redstone fackeln also erstmal die fackeln herstellen und dann brauchten wir steine drei stück und dann fehlt uns jetzt eigentlich ein bisschen was ist das noch genau nethercrafts 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 habe ich hier drin ja nethercrafts fackeln und steine so dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch die lederjacke ich hoffe ich bin auch diesmal ein bisschen lauter ich versuche mal ein bisschen lauter zu sprechen hier eine lederjacke fehlt uns wir haben drei leder jetzt muss ich nochmal leder besorgen gehen gehen nochmal schnell schlafen also leder besorgen das kriegen wir hin das sollte nicht das problem sein oh hier ist da schon eine kuh kuh macht mut ich weiß gar nicht man braucht für eine glaube ich acht müssen doch kühle sein pferdchen schweine dahinten sind drei stück drei kühle so kein noch eins ein leder noch ich danke so ab zum neuen haus neues haus wir kommen so jetzt müssen wir nochmal reingucken wie ist das denn angeordnet boah ich habe gerade gedacht da ist irgendwas und explodiert gleich so wir haben wir brauchen noch mehr wir brauchen noch mehr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und wie viel haben wir wir haben nicht genug wir haben nämlich nur 6 7 8 hä wie soll man das in anordnen nochmal gucken das heißt wir müssten jetzt zwei alleine hier haben wir brauchen echt neun habe ich mich ehrlich verguckt drei vier fünf sechs sieben acht neun naja das heißt wir brauchen noch drei mehr gut wir brauchen noch drei mehr was brauchte man für so ein was war das ein arkana sockel ein arkana sockel ein arkana steine das heißt wir müssen nochmal zurück tja wenn man nicht auf alles vorbereitet ist dann ist man verloren altes haus 1 3 wir haben aber noch drei super toll so jetzt haben wir neun weil das waren sechs plus drei sind neun so wieder zurück zum neuen haus wow das war nicht das neue haus neues haus das heißt wir müssen erstmal diese hier einsammeln und nochmal reingucken das heißt wir haben nämlich unten haben wir jetzt zwei nebeneinander und der ecke hier wird das kann ich wegschmeißen ganz schnell mal eben die bäume so wir müssen hier zwei nebeneinander so wir müssen hier zwei nebeneinander macht man das dann so naja vielleicht eventuell eventuell dann soll aber ja eines hier sein ein oder oder das ist habe das ist ganz eventuell sieht das so aus hoffen wir einfach mal dass es so funktioniert wollen wir aber vorher noch kommt der aus dem nether hier rein so werden normal also unten kommt hin könnte es natürlich auch noch hier ich lasse es mal so also rechts soll das daneben kommt gold hier auch dann kommt eisen das andere ende kommt der kristall hier auch das buch kommt da bestimmt nicht hin und dann kommt noch zweimal großholz das ist aber mal hier zu gucken ob das funktioniert nein das nicht ah boah ignis feuer sensus hallo maschine so jetzt fehlt eigentlich nur noch ein teil und der zauberzauber fehlt wir müssen noch mal ganz schnell zurück zum alten haus und jetzt sind wir gespannt ob es funktionieren wird oder nicht scheint zu funktionieren zumindest scheint es so wir sind noch sehr gespannt wird es funktionieren wow was war das wenn wir sind wir sind wir sind wir sind Aua, es tut mir weh. Tut mir nicht weh. Was haben wir hier auf uns? Man weiß es nicht so genau. Nein, es ist runtergefallen. Auch das. Das gehörte hier hin. Und das gehörte hier hin. Es hat nicht funktioniert. Wir brauchen Kerzen das nächste Mal. Das nächste Mal brauchen wir Kerzen. Ich will mich unbedingt in der Alta. Tja, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Es fehlt aber auch ein Ignis. Ist das dein Ernst jetzt? Warum fehlt denn ein Ignis? Ein Bewegung. Halt das Haus. Ein Bewegung fehlt. Schitte. Warum? Aspekte der MG. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Oder Reisen ist das. Wo ist Reisen? Wo ist Reisen? Da. Natürlich Schienen. Die habe ich jetzt nicht dabei. Und da ist nichts drin. Ne? Ich glaube das jetzt nicht. Schienen. Neu. Ja, laufen. Laufen gleich Amok hier. Da war der 100 Brugge noch drin eigentlich. Das ist jetzt blöd gelaufen. Und das ist auch ne sehr lange Folge. Weil hier nichts funktioniert. Eater. Dach. gebe ich fehlt jetzt aber auch noch was anderes anja das können wir vergessen das müssen wir noch mal neu probieren und vor viel mehr rohstoff und vorbeik wahrscheinlich noch kerzen und ich brauche wasser mal alles auszubringen also es hat leider nicht so funktioniert wie wir uns das gedacht haben ich sage falls euch das video gefallen hat lasst doch einen daumen oben da wenn nicht dann nicht und tschüss